unterbringen dann die plots so dann schnappen wir uns ganz viel von dem salat das kann ich auch schon maximiert haben aber egal so der salat der kommt den hungrigen häschen zugute dann schauen wir mal ob möhren da sind eine quatsch viel wichtiger ist hier die diesen nicht sind die dann oder haben die noch wir haben noch sehr schön aber die könnten karten gebrauchen Und ein paar noch dafür, weil... So, dann... Das ist mal 30. So, dann machen wir das noch da rein. Damit wir die Felsplots gleich richtig... So, die Tiefensohle kann ich ja jetzt machen. Was gibt noch mehr? Die Tiefensohle kommt jetzt erstmal da rein. Die kommt auf jeden Fall da rein. So, für was brauchen wir Tiefensohle? Nein. Nein. Anglerplot und Futsplot. Und da sind wir vielleicht sogar... So, Klipperstein und Wilder Honig. Das können wir, glaube ich, alles jetzt machen. Jetzt gehen wir aber... ...rüber zu den... ...ähm... ...gehen wir zu den Katzis. Ich hoffe, die haben keinen Mist gebaut. Und dann sind wir heute auch fertig, ne? Ja. Die haben auch keinen Mist gebaut. Haben die denn... Aha, ja, das sieht gut aus. Eins, eins, zwei, drei, vier, fünf. Aha. Alte von oben. Sechs, sieben. Acht. So, guten. Die drei schnappen wir. Ich will jetzt nur mal wissen. So, Früchte. Bin ich mal gespannt. Ja, sieben Früchte. Ah, da sind noch mehr. Jetzt hoffe ich mal, dass die überhaupt noch Früchte nehmen. So, wir machen hier Gehege. Wir machen hier hohe Wände. So, nein. Dann machen wir da die rein. Gemüse, ich hasse es. Ja, das heißt also, wenn ich das reinmache. Nichts. Oh, dann schlafen wir mal. Und gehe Gemüse holen. Ungern aber ja. Achso, ich kann ja da auch Gemüse anbauen. Ich habe dann also nur ein Gemüse. Ein Gemüse. Karotten wird es jetzt nicht sein. Aber das können wir ja umändern. Da liegt ja bestimmt noch irgendwo eine Karotte rum, oder? Eine Karotte. Die Karotte geht schnell. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir schnappen uns tatsächlich, so blöds klingt. Wenn wir das schon sammeln sehen, können wir alles sammeln. Außer Pinken Slimes. Pinken Slimes. So, ui. Aber wo war das Ding, das, was wir freirütteln können? Aber gut, im Moment bringt es ja nichts, ne? Ach komm, ich gehe wieder zurück. Ähm, ja. Da, 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 da. Da, 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 da. Na, super. Oh, 30. Upsa, was war das denn? Das war ich gar nicht. Was ist das für die Jäger? Oh, Mist. Na, super. So, 10 Stück kriegen sie. Und dann wird angebaut. Sag mal, wie viel Hunger haben die denn? Das gibt's doch gar nicht. Was ist das für die Jäger? Was ist das für die Jäger? Was ist das für die Jäger? Oh. Oh. kein hahn mehr ernsthaft ja super ich muss zu den hühnchen und einen hahn holen so kann ich nicht aufhören ist ja nicht in ordnung also die kriegen jetzt ich glaube dass der raketendingsbumste jetpack auch hier der game changer wird so ich brauche einen hahn dringend so die wege sind soweit ich bin noch nicht weit genug so erstmal kriegt ihr mal ein bisschen vorrat ihr bekommt einen hahn ist der jetzt raus draußen du willst mich doch verarschen das ist gut so ihr plottet kräftig da hat ja immer noch jemand Hunger aber ich hab euch doch wie viele hühnchen wie alle alle willst du mich verarschen ich kann doch nicht wow das ist echt krass na einen müsste ich noch haben irgendwo da so dann mache ich euch jetzt mal raus ja geht weg der schwede und ihr mit euch ach Gott die ersten Felsplauts stimmt ja wo man auch immer so ein bisschen vorsichtig sein muss weil die können ja auch ganz schön wehtun guck mal hier jetzt sitzen sie kräftig hier am ja so komm letztes mal ernten oh man jetzt habe ich schon wieder überzogen Mist 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 dann müssen wir noch die Folge fertig machen das wird sonst viel zu lang oh ja richtig wir werden irgendwann alles zu viel haben aber jetzt im Moment oh ne die nicht die sind die schon wieder hungrig ich weiß es nicht wir gehen uns an und wieder ausspucken 26 super so hier das war eng boah weil die Position im anderen Ding die läuft ja nicht so gut so die haben so das können wir jetzt gerade nicht ach brauchen wir für irgendwas Felsplauts das gucken wir schnell noch Knall Felsplauts aber auch seidener Sand extra Tank also das wäre toll ja gut das können wir vergessen aber das hier egal jetzt wird erst mal Felsplauts werden wir ja jetzt haben und was die Felsplauts im Moment sind 34 30 und D ah gut sieht aber okay aus so ich glaube ich warte mal wir müssen die Hühnerproduktion tatsächlich ah das Ding ist zu teuer so und wir schnappen alles klar die sind sehr effektiv und na achte auf was du tust so und wir machen den jetzt hier auch das noch und die sind wieder hungrig nee irgendwie mögen die mich das verstehe ich nicht aber ich finde das super so hier können wir wie sehen die aus und dann ich weiß nicht haben wir hier alles nee wir haben noch keinen Sprengkler haben wir einen Sprengter sonst für alles wäre wichtig das ist nicht ihr favorite aber sie sie nehmen es ah doch sie können sie können sie können mir Schaden machen ich habe ja auf halbem Schaden gestellt das war vielleicht gar nicht mal schlecht aber sie haben doch alles gefressen achso ne sie haben doch nicht alles gefressen ich habe mich noch fast weggegangen so ähm hier haben wir ich glaube das machen wir überall aber dann sind wir fertig willst du mich verarschen jetzt wird es so langsam das heißt vier Stück können wir gerade mal nochmal umfüllen Steinhühner ist denn ihr Ding da ist es so so und die Strecke go wow ja was ist denn richtig teuer ja Goldplauts klar hallo so dann was wollte ich machen gucken ob wir alles haben ne Sprinkler Sprinkler machen wir überall wir brauchen einfach Zeugs ja ah ne die haben noch genug so stimmt die sind ja furchtbar ich glaube ich dass man die Plots ein bisschen besser ernten kann jetzt bin ich nur nochmal gespannt ob die wieder am wrongern sind nein aber sie produzieren gut und die ja die sind insgesamt ein bisschen träge so noch nicht ähm da können wir aber den Sprinkler oh oh das sah ganz kurz so aus als wäre ich mhm was bringt was kostet der 500 gut dann müssen wir für den letzten Sprinkler diesen hier einen Kredit aufnehmen nein müssen wir natürlich nicht sondern und sind direkt nachdem wir den Sprinkler bestellt haben wir haben hier beides ne das dringend interessiert mich nicht so da wird es nachher noch mehr geben und hier fehlt der Sprinkler so ja das sieht so aus als wäre jetzt erstmal alles in Ordnung der ist noch nicht da aber ich glaube die Häschen sind ich bin wieder auf dem trockenen das ist das schlimme Spiel ja ja ich komm ja aber ich muss jetzt noch schnell die Hasen äh ja die haben ja nichts mehr ich muss sie noch füttern ja gut aber jetzt muss ich auch gucken die Katzen müssten wieder geplottet haben könntest du das bitte sein lassen na genau deshalb ja frisst doch und die Platten und Platten und Platten und jetzt jetzt speichern und beenden ich bedanke mich fürs Zuschauen ich weiß nicht ob es jetzt noch weiter geht ob ich bis zum nächsten Update warte aber ja ihr werdet sehen es geht auf jeden Fall weiter ich finde das Spiel toll aber es ist noch Early Access aber wir haben schon ein Gebiet freigeschaltet geht voran alles klar dann macht es auf jeden Fall gut ciao wiii